schönen guten morgen an diesem donnerstag und sie sehen es schon es hat sich was geändert wir mussten aus aktuellem anlass hier ein wenig umbauen auch die sendung ein wenig umbauen und zu mir ins studio gekommen mein gast ist max max völkel müsste man sagen hat ja schon was von endzeitstimmung nachdem du hier aufgetaucht bist wir sehen es schon in und wie gestern mit einem riesen gap also kein es war kein geld und abverkäufe gewesen die aktie ist elf prozent abgeschmiert was ist passiert ja bei energie war gestern eine gewinnwarnung es war ein schwarzer mittwoch für die versorger nicht nur energie ist unterdrück geraten auch im dax rwe eon wurden deutlich abverkauft man sieht es hier gut im chart die ganze woche wenig passiert bei energie und gestern innerhalb von einem tag wie teilweise auf der 34 euro marke aufgesetzt es ging einfach nach unten ursache eben gewinnwarnung man hat jetzt für heuer 100 millionen weniger ebit in aussicht gestellt auch für nächstes jahr es wird kein wachstum erwartet wobei das vorher auch schon nicht so war also es ist jetzt auch der abverkauf erscheint schon trotzdem relativ deutlich für diese art der gewinnwarnung da die probleme im vorfeld bekannt waren es ist das problem in großbritannien vor allen dingen im vertrieb hier hat man schon maßnahmen ergriffen allerdings man arbeitet sich gerade aus den problemen erst raus genau es war bekannt in großbritannien herrschen schon seit längeren problemen das wurde auch offen kommuniziert hinzu kommen eben hohe investitionen die erneuerbaren energien hier muss ausgebaut werden das war aber eben auch klar also von daher es wird jetzt erstmal kein wachstum geben aber langfristig sollten sich die investitionen auszahlen das problem in großbritannien sollte geregelt werden die dividende ist gesichert von daher es ist nicht ganz so dramatisch wie es hier im anlieger haben es ja gut aufgenommen die nachricht so dann schauen wir uns mal an das ist der langfristige chart von energie eigentlich sehr schön im laufenden jahr gewesen schöner aufwärts jetzt war es relativ solide leider natürlich jetzt die gewinne erstmal mehr oder weniger weg genau und leider auch noch ein paar technische indikatoren mit unterlaufen das heißt da kam von der seite auch noch druck und es war natürlich in und sie es war beim es war eben nicht in und sie alleine also wir sehen jetzt rwe genau das gleiche bild wie bei energie im wochenverlauf er eine gemächliche veranstaltung wahrscheinlich mehr so toll vorher aber jetzt gestern auch hier bei rwe ist es aber ganz logisch rwe hat noch 77 prozent an energie von daher in der beteiligung an energie alleine ist mehr wert wie rwe insgesamt von daher wenn hier natürlich zwölf prozent verloren gehen ist es logisch dass rwe auch unter druck kommt hier wurden ebenfalls teilweise über zehn prozent verloren auf der 18 euro marke aufgesetzt und das ist einfach da hängt es zusammen einfach genau vielleicht dass das jetzt ist sehr interessant für die zuschauer denn hier trifft es wirklich die aktie auf die auf den langfristigen auf die langfristige unterstützung auf die 200 tage linie ich weiß jetzt nicht genau es schaut jetzt etwas nach einem doppeltop aus rwe heuer ja bis jetzt einer der stärksten werte im dax gewesen von daher für neueinsteiger sollten vielleicht jetzt erstmal vorsicht walten lassen und schauen wie es jetzt charttechnisch weitergeht und eben auch wie es mit energie weitergeht denn daran hängt es etwas aber an sich rwe besser aufgestellt wie man vor einem jahr gedacht hätte diese kohle thematik man merkt man braucht die kohle länger also operativ läuft es eigentlich besser wie gedacht aber man muss jetzt eben mal schauen was mit dem energie und es waren ja auch viele leute da die eigentlich dachten um gottes willen wenn wir eine neue regierung bekommen und da unter umständen die grünen noch mit drin sitzen aber man hat das auch im chart mal gesehen da wurde mal fünf sechs prozent abverkauft aber auch dieses thema wurde eigentlich relativ kurz gespielt da es eben schwierig umsetzbar ist und da kommen wir auch wieder zum thema energy man sieht bei energy es geht nicht so einfach die erneuerbaren energien auszubauen eigentlich profitiert rwe davon wieder aber eben über die beteiligung strom kommt doch nicht nur aus der steckdose jetzt haben wir noch den dritten im bunde mit rwe mit eon war jetzt nicht ganz so dramatisch waren glaube ich fünf prozent teilweise über sieben prozent dann am ende knappe vier nur noch sogar aber es ist einfach im sog wurde eon mit abverkauft eon macht das gleiche letztendlich wie energy von daher auch sie haben probleme in großbritannien die müssen ebenfalls erneuerbare energien ausbauen allerdings an sich hat das eine mit dem anderen jetzt noch nichts zu tun jetzt muss man eben mal schauen wie jetzt die zahlen von eon ausfallen aber hier auch charttechnisch schaut es noch ganz gut aus die neuen euromarke ist noch eine wichtige unterstützung die 200-tage-linie ist noch relativ weit entfernt von daher hier muss man jetzt noch keinen grund zur sorge haben okay also insgesamt kann man zusammenfassen ja ist ärgerlich aber man hat es eigentlich schon im vorfeld gewusst die reaktion jetzt ein bisschen sehr heftig ausgefallen auf jeden fall eine schlechte nachricht und das müssen jetzt auch schauen dass wieder wachstum herkommt sonst könnte es nicht die anleger auch dauerhaft verprellen wenn das jetzt nicht irgendwie offen kommuniziert wird wie das jetzt gelingen soll aber an sich der erste abverkauf erscheint schon relativ heftig und damit vielen dank dir erst mal so jetzt schauen wir uns gleich jetzt war ich ein wenig jetzt war ich eine wenig schnell gewesen ist kein problem da kommt die risiko jetzt schauen wir uns erst mal an was gestern in den usa gelaufen ist und dann machen wir mit dem normalen programm hier weiter so sie sehen es der dow jones leicht im plus nestek leicht im plus die fährt hat eigentlich das getan ich will nicht sagen wofür man sie bezahlt aber was von ihr erwartet worden war im vorfeld sie hat die leitzinsen um 25 basispunkte angehoben sie hat sich aber auch geäußert zur inflation und da ist sie zurückhaltend geblieben sehr vorsichtig ist noch nicht das was man sich erwartet und erhofft hatte man wird das ziel von zwei prozent wohl erst mal nicht erreichen also von der unterseite her nicht erreichen das hat einige anleger doch enttäuscht und so ist der große impuls hier letztendlich ausgeblieben die fettchefin hat sie übrigens auch noch zum bitcoin geäußert ist der nächste chart den wir hier haben schon nur ganz kurz dann rein genau da ist der bitcoin chart sie hat sich auch zum bitcoin geäußert der sich momentan wieder stabil präsentiert um es mal so zu sagen die abverkäufe der vergangenen tage sind zum stillstand gekommen jetzt seitdem ja seit ein paar tagen sind ja die future handelbar jetzt kommen neue dazu übrigens die eurex will ja auch ein future letztendlich begeben dann kommt die cme am 18 also da hatte man sicherlich mit mehr volatilität gerechnet anfangs gab es hier auch aber jetzt erst mal hat sich das ganze so ein wenig beruhigt und die fettchefin hat ebenfalls wie gesagt sich zum bitcoin geäußert hat gesagt das ist nichts von wert das ist hoch riskant also hoch spekulativ man windet sich da momentan aber klar über den bitcoin hat natürlich die amerikanische notenbank jetzt auch nicht so die kontrolle dass man da nicht begeistert ist ist absolut nachvollziehbar jetzt kommen wir zum dax heute morgen sicherlich etwas schwächer dann in den handelsstaat hinein zumal auch die vorgaben aus asien jetzt überwiegend rot waren es ist kein richtiger abgabedruck es ist ein bisschen enttäuschung dass da nicht mehr gekommen ist aus den usa aber im wesentlichen ist eigentlich nichts passiert wir sehen im dax jetzt so das minus dürfte etwa zum auftakt 0,3 prozent betragen na klar wir haben gestern die belastung durch rwe und eon noch im dax gesehen gehabt aber im großen und ganzen auch hier nichts großartiges passiert um 14 30 dann natürlich die pk mit der europäischen zentralbank auch hier geht man davon aus dass alles läuft wie erwartet das ist keine zinsanhebung und da müssen wir ganz einfach jetzt mal den nachmittag abwarten und eine aktie haben natürlich noch dabei weil wir sie immer dabei haben in den letzten tagen dass er steinhoff die werden heute morgen mit einem punch nach unten wieder aufge aufmachen die ersten indikationen ja die ersten abschlüsse deuten auf ein minus von 20 prozent gegenüber tetra schluss zu das dürfte dann irgendwo ja im bereich um ich weiß nicht was es sein wird so wir haben ja hier schon trade geld kurse bedürft irgendwo soll im bereich 55 cent dann letztendlich liegen als bleibt hoch riskant jetzt hat man ja auch gesagt 2016 die zahlen sind wahrscheinlich nicht so viel wert wie wir eigentlich gedacht hatten nehmen sie die mal lieber nicht so ernst und was noch nicht passiert ist es gab noch keine klagen gegen das unternehmen also das wird ja erst alles kommen denn als anleger käme ich mir hier schon relativ veräppelt vor und das würde ich mir vermutlich nicht bieten lassen wenn ich vorher aktien hatte und am ende stellt sich raus mensch alles lug und trug gewesen also bleibt weiterhin sehr volatil sehr gefährlich klar wenn sie zocken wollen dann tun sie das so und jetzt kommen wir nach frankfurt und jetzt schauen wir uns mal an was der dax machen könnte hallo und guten morgen guten morgen martin ja der dax der wird heute morgen so sieht es zumindest im moment aus unter der 13.100 punkte marke eröffnen um 9 uhr ist es weiter druck darauf der euro ist gestiegen über der marke von dollar 18 2 aktuell unterwegs die zinserhöhung sie war im rahmen der erwartungen gewesen und hat aber letzten endes aufgrund der mangelnden wie soll ich sagen aussicht darauf dass die zinsen schneller steigen könnten denn die lohnentwicklung und die produktivität in usa die geben das wohl so jell nicht wirklich her dazu geführt dass der euro erst mal erstarken konnte so schizophren das klingen mag wenn die fett die zinsen erhöht aber es ist der ausblick der da irgendwie eine rolle spielt und das obwohl die ezb angekündigt hatte oder oder hat laut machen lassen dass ihre anleihekäufe noch bis september 2018 zumindest ab dem neuen jahr mit 30 milliarden pro monat weiter fortsetzen wird also ein bisschen verrückte merken mal gucken was sie im endeffekt daraus machen denn die asiatischen vorgaben sie waren auch eher schwächer der nicke mit einem minus von 0,3 prozent aus dem handel gegangen aber auch der hang seng und der shahai kombe sind verloren denn die konjunkturdaten die wir in china gesehen haben sie waren naja leicht unter den erwartungen ausgefallen und dementsprechend gab es auch keinen grund und wohl auch wegen des starken yen da richtig zuzugreifen naja die jahres endrally sie ist ein bisschen draußen und die 13.200 punkte marke beim dax die im moment wirklich sicher als sehr starker widerstand erweist hat nach wie vor bestand wir haben natürlich noch ein paar handelstage also wir können das noch drehen zu unseren gunsten vielen dank nach frankfurt dafür so wir sehen uns wieder um 14 40 mit der us vorbörse zuvor werden wir natürlich noch das neue heft den neuen aktionär vorstellen bis dahin gute zeit gute kurse tust